mit der 25 dass melissa köstler sehr interessante spielerin eigengewächs köstler macht wieder ein gutes spiel ist unheimlich viel unterwegs tolle gefährlich köstler die der direkt drauf geht so und das selbstvertrauen von köstler sehen wir aber die können einstecken der junge melissa köstler dafür kommt bei dauer und hat sie für köstler ist einmal reingegangen die sind natürlich unzufrieden mit der schiedsrichter ist klar da wird dann auch jede entscheidung nochmal angezweigt spät der pfiff und jetzt der wechsel und jetzt kommt köstler das ist auch eine tor gefährliche ball mit dabei so fürst gegen köstler sehr zerfahren was sie von diesem 3 zu 2 dauer ist am boden ich glaube die hat sich verletzt oder die nun krampf ich weiß es nicht aber das sieht man ja auch was da los war oder wie stressig dieses spiel auch war für tobini